In diesem Film lernst du, wie du prüfst, ob ein Punkt auf oder neben einer Geraden liegt. Prüfe, ob der Punkt B auf der Geraden G liegt. Der Punkt liegt auf der Geraden, wenn seine Koordinaten die Geradengleichung erfüllen. Wenn es also für den Parameter R einen Wert gibt, sodass linke und rechte Seite der Geradengleichung übereinstimmen. Fasse die rechte Seite in einem Vektor zusammen. Du erhältst ein lineares Gleichungssystem. Stelle alle drei Gleichungen nach R um und du erhältst jedes Mal denselben Wert. Also liegt der Punkt B auf der Geraden G. Prüfe, ob auch der Punkt C auf der Geraden liegt. Setze den Ortsvektor von Punkt C in die Geradengleichung ein. Um herauszufinden, ob diese Vektorgleichung lösbar ist, stellst du das zugehörige lineare Gleichungssystem auf. Diesmal ergeben die drei Gleichungen unterschiedliche Werte für R. Das Gleichungssystem ist also nicht lösbar. Somit liegt der Punkt C nicht auf der Geraden. Wir sehen uns beim nächsten Mal vor. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Quietschen und quietschen. Aus der Geraden.